So Freunde und wir sind zurück mit einem weiteren Part, wir machen mal sofort weiter. Ich glaube vereinzelte Charaktere brauchen ihr ein Einzeltraining vom OZARU. Unter anderem Umständen, ja Lehrer und Schüler, ja diese blauen Mischungen sind glaube ich so. Kurz mal, kurz ein individuelles Training mit dem Trainer, mit dem Sensei OZARU. Und dann sollte es aber auch schon weiter gehen. ASTA will heute mal trainieren. Achso, nee, warte mal, warte mal. Die haben mich nie mitgenommen. Die haben mich nie mitgenommen, stimmt. Die haben immer allein trainiert. Er hat die vielen Ninjutsus durch einen stillenden Körper kompensiert und heute gehört er dennoch zu den besten Ninjas. Da schreit jedes Mal, was ist los, mate? Diese Geschichte über deinen Freund hat mich motiviert, lol. Naruto, würdest du eine Runde mehr trainieren? Aber sicher. Oh, mei. Naruto, sie mag ich schon wieder. Jetzt geht's ab, Freunde, bringt mal einen Rahmen. Schön wär's. Hätt schon Bock auf einen Rahmen jetzt, auf jeden Fall. Aber, das sind die Dreams. Ich hatte gerade Maultasche, ey. Das tut's auch. Alright. Ich spiele gerade... Moment. Cool, los geht's. Sag mal, was du drauf hast. Alright. Ich spiele gerade auf dem neuesten Patch. Also, es kam noch ein neuer Patch raus. Äh, das ist der Patch, wo 27 weitere Outfits hinzugefügt wurden. Ich hab die aber nicht abgecheckt. Ich hab nicht geguckt, welche 27 das waren. Machen wir vielleicht irgendwann mal, oder? Keine Ahnung. Spontan, wie sie das Ganze läuft. Jedenfalls, damit ihr da Bescheid wisst. Weil ich weiß... Oh, das ging schnell. Ihr hält's jetzt. Wollt gerade sagen... Was? Könnte sein, dass sie das mit den Ladezeiten wieder geupdated haben. War schon gut auf jeden Fall jetzt. War schon gut auf jeden Fall. Wie? Hehehe. Relack! Hurriken! Auch genannt Bayblades. Nein! Der hat's evil gut gemacht. Was? Es sagt, ich lauf vorbei. Ey, ey, ich bin da vorbeigelaufen. Ich bin da dran vorbeigelaufen. Bileke Hurricane. Du denkst, nur du kannst hier wandeln? Du denkst, nur du kannst hier wandeln? Komm jetzt mal ran! Warte. Ups. Das war mal wieder so beschissen, ganz ehrlich. Wieso ist der unverwundbar, wenn er seine Lastenger macht? Ich bretter auf ihn hinein und der ist unverwundbar, oder was? Äh, genau so läuft es. Keine weiß. Freunde, es ist dann wirklich so. Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich doch, doch. Jump Force hat das widerlegt. Wenn im Anime das jemand auflegt, dann ist er legit unverwundbar. Vegeta, 8 Folgen Final Flash, unverwundbar. Freeza, 8 Jahre seine Attacke. Ich gank die Dame, oh je, 10 Jahre unverwundbar. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Das ist tatsächlich so. Da werden wir aufschauen. Ah, jetzt reißen wir mit jemanden, du Schnöde. Bebe, dann geht's schütze. Ja, jetzt schütze. Where? Wie sehe ich es. Ja, das ist? Ja! Das ist ja! Da ist, ja! Das ist doch. Sieht geil aus. Wo bist du? Schrei mich so. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh zugehen nein du bleibst hier du bist ein konoha ein aus konoha warum hat dieser noto so genervt lasst ihn doch einfach gehen was nervt er da kamst du schlacht gg hat er verloren last man standing freunde ist also gestand zu bestand zu viele also als hat naruto viele beschweren sich dass ich am anfang meines animes oder mangas zu oft geschrien habe naruto hat gesagt ja kenne ich dass er bei mir auch genauso dann haben die producer ein bisschen gesenkt und jetzt kamen alle drauf klar hat er gesagt ja aber besprochen so wird es bei mir jetzt auch demnächst also denen das genervt hat dass er so rumgeschrien hat demnächst wird es bisschen gedämpft lehrer und schiller kakashi uns lehrer tippe ich direkt mal auf kakashi was gibt es denn würdest du mit mir trainieren na nun wie kommst du so plötzlich drauf du erinnerst mich an meinen lehrer nicht dass ihr gleich aussehen würde es ist mir die art und weise wie du naruto und sasuke ansiehst und da ich meinen lehrer aktuell nicht sehen kann verstehe nun gut das kannst du haben aber ich werde mich nicht zurückhalten ist das okay aber ja und ein synchronsprecher on point mit den emotionen so wie sein sollte einfach sachlich sachlich neutrale stimmen apropos stimmen die englisch stimme von karot ist schon brutal um jetzt sagen so wie der schreit und so das ist richtig gerne nun meister eivon aber mein lehrer war auch sehr streng sehr strengster aber auch sehr gütig nun gut dann versuche ich mich wie er zu verhalten die kakashi 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 sensei aber immer wenn ich kakashi muss dann obiton drin denken also traurig einfach die szene mit drin dann hat ob ich was gesehen hat wieder getickt ist müsste mal geben in herz rein einfach von seinem homeboy ins herz seiner geliebten boah das ist trauer bei nachts was auu war das im bait was hat denn da drauf eigentlich avan strash a avan strash b dragonic aura release unverwundbar war mein fehler auch cool der ist schon cool hab's vergessen tut mir leid kakashi unverwundbar auch voll ich will voll einfach ich will es geht ist es es ist Der ist doch aus Dragon Quest ne, aus dem Spiel, aus welchem Dragon Quest ist der? Oh. Nanda to Sasuke! Brrrr! Oh, das ist ein Idiot. Der hat sich auch fett geschützt. Ich explodiere, aber wenn jemand auf einen zuläuft, dann ist es wahrscheinlich... ...hat das mehr zu sagen, als wenn niemand offiziell explodiert. Heißt das, dass es eine Explosion gibt, Freunde? Dann hört einfach drauf zu und dann besiegt ihr die Explosion. Natürlich nicht. Rennen sie einfach. Aber ja, keiner weiß. So hat es da Legend gerade angefühlt. Mit dem Kakashi-Sensei. ... 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 Wie ein Schaden. Scheiße. Hör mal, warum macht das Ding so wenig Schaden, ey. Guck mal. Guck mal, das ist witzig, verarschen, ey. Alter, bleib doch dran, mach irgendwas. Kein Sinn, ey. Die, du Pflaume, ey, ohne willst du Lappen, die. Kein Die, halt, was ist mit dem? Schlechte ist. Niemand sagt das an sich selbst, ne. Das lag an Die. Spaß. Ja, wieder mal unnötig, ganz ehrlich, unnötig so lange gekämpft. Aber richtig unnötig. Ja, genug für den Moment. Hau ab, hau ab, Kagashi. Ich fand Kagashi mal cool, ganz ehrlich. Aber mittlerweile ist es einfach nur ein Blocker. Blocker und Raikiri Spammer. Und das ist schlimm. Das hat nichts Gutes zu sagen. Kagashi-sensei. Warum? Warum hast du das für mich gemacht? Akashi-sensei. Ah, unser scheiß Direktor jetzt. Was ist denn der schon wieder? Miep miep. Das habe ich erst im Stream letztens herausgefunden. Ganz spontan. Ähm, Pfeil-Taste runterklicken. Könnt euch so einen Maun holen. Hisoka ist in Asien aufgetaucht. Oh. Alles klar. Bin dabei. Okay. By the way, coole Ringe. Ich habe auch welche. Alles gut. Ich habe keinen Problem damit. Pas schon. Alles gut. Alles gut, Kurapika. 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 Ich hatte gerade nicht die Melodie vorne. Als er gegen die Fatum-Priale kämpft hat. So. Oh. 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 Hisoka. Oh. 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 Achete. Oh. 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 Das ist auch ein秘密. Nur... ... ich möchte nur ein bisschen Spaß machen. Dein Gehör ist doch alles gut. Ich bin ehrlich. Wenn du nicht sprachst, dann... ... ich will nicht mehr auf den Ratsch. Ich will nicht mehr auf den Ratsch. Ich will nicht mehr auf den Ratsch. Haha, der ist direkt kampfbereit. Warum ist mein Krach so aggressiv, keiner weiß. Liegt wahrscheinlich an den Ringern. gehen die Hände einfach automatisch hoch und wollen kämpfen. Kann gut sein, kann gut sein. Aber gut. Schauen wir uns mal an, was Hizuka drauf hat. Unser Boy Hizuka. Alter, was? Danke. Zieh mich noch mal ran. Noch mal, noch mal, noch mal. Mach schon, krass. Nein. Oh, was? Oh. Oh. Bam. Best combo. Oh. Shidori. Ah, Shidori OP. Oh nein, ich hab's geschützt. Eine Ability, Freunde, meine Damen und Herren. Eine Ability. Du musst halt rigid auch so spielen wie die. Oh. Dann r幾ends an. Hey, is das alles dafür? Du musst du nur auf diesen Weg gehen. Dies nicht auf den Käfer auf. Oh nein. Ich habe mein Arbeitsmiş Denn Henriile beten. Was? Das Beste? Ich habe deine Hilfes offen. Da wo das Wetter. Dann r Cette woher Sie es noch irgendster��s haben. Meng то, was das? Oh nein. Keiner weiß. Eine Ability. Quas? Du hast gesehen. Eine Ability. Oh ne oh ne. Let's go. Ah das Sensei Rashi, der hat mich vorhin auf die Palme gebracht. Du, das sage dir. Oh. Oh. Ja. 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 Hey. Lass mich hin du. Was macht der? Wie schlecht lieber. Loll. Wow. Special effects on point. Oh my. What was that? Unbelievable special effects. I can't believe my idol. What was that song? What was that song man? What was that? Oh. Cell. Oh. 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 Oh no. Oh. Haha Wiléner. Oh. Oh nah. Hey. We went. Was? Das ist cool, das ist evil cool. LoL Einfach so Oh mein Gott, wie schön der Arme gar nicht aussieht Keiner weiß Diese Galena Interessant, interessant Heißt, Cell Ist jetzt auch nun In der Crew von Cain und Galena Interessante Wenn, will ich es nicht nennen, aber Hehehe Bin gespannt, was jetzt mit Cell abgeht Hold on Hold on Aggressiv Wow, ey, mach mal langsam, Babe Ey, ey, pass auf Wieso kommt ihr die Lobbymusik, keiner weiß Alter, guck mal Ichi seine Socken an Der soll sie mal waschen, ey Der soll sie mal waschen, ey HDF Schrei nicht so Die Schrei nicht so, aber läuft langsam Ja, natürlich, wenn ich will, hab ich irgendeine Chance, dumme Idioten Habe ich irgendeine Wahl Zum Idioten Als hätte ich ne Wahl, ne, sie tun so Auf einmal hab ich ne Wahl Naja, Freunde, ich würde sagen So viel erstmal zu diesem Partorino Ich bedanke mich fürs Zusehen und Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal Macht's gut, Freunde Macht's auch nicht gut, warten sie noch ein bisschen Oh je, was geht jetzt ab Lassen wir uns Zeit Ah 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 ja, schätze nicht Danke, ja So Du kannst kein Aura spüren Ne, kann ich nicht Aber ich würde gern diese Part jetzt beenden, dass sie allzu lang wird Ruki, also könntest du mal zum Ende kommen Ah Hallo Eisen Mach langsam, dann mach ich hier Schluss, okay Schau nicht so drumrum Achso Achso Ja, fucker wie Jetzt aber, Freunde Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Peace Bis zum nächsten Mal